Hallo, ich bin Elie Nix und das ist der fünfte Part meiner Sims 4 Love Island Challenge. Viel Spaß! Wenn alles nach Plan läuft, kommen nach diesem Part nur noch zwei Parts der Love Island Challenge. Das heißt, heute in diesem Video kommt unser letzter Kandidat bzw. unsere letzte Kandidatin hinzu und dann geht alles wie immer. Also wir spielen wieder unterschiedliche Challenges und das Glücksrad wird gedreht und dann muss einer oder eine die Villa verlassen. In der nächsten Woche werden dann finale Couples gebildet. Das heißt, es tun sich jeweils zwei Sims zusammen und die müssen dann auch bis zum Finale zusammenbleiben und in zwei Wochen findet dann das Finale statt. In diesem werden alle Couples gegeneinander antreten, bis eines als Gewinner hervorgeht. Wir sind jetzt gerade live auf Twitch und wenn auch du gerne mitentscheiden möchtest, dann schau sehr gerne auf Twitch vorbei. Aber gut, dann starten wir jetzt gleich in die Challenge rein. Zur Erinnerung schauen wir uns jetzt erstmal noch alle Kandidaten an. Seit der ersten Woche schon dabei ist unsere Zoe, die hier gerade am Laufwand steht und fleißig am Trainieren ist. Auch seit der ersten Woche dabei ist unser Tony Hamilton. Unser Tony, dessen Herz wurde schon gebrochen, als unser Yannick leider die Villa verlassen musste. Aber er ist kein Kind von Traurigkeit und hat sich ziemlich schnell danach eigentlich Olivia geangelt. Und Olivia, die ist auch schon sehr, sehr lange dabei und wie gesagt eben sehr mit Tony in einer Beziehung mehr oder weniger. Aber sie und Mandy sind sich auch näher gekommen. Dann gibt es da natürlich noch Rex. Der ist irgendwie, ja, der kann sich nicht so ganz entscheiden. Da hatte er mal was mit Zoe, dann mit Mandy, dann mit Tony und es gab auch noch ein paar aus seiner Vergangenheit. Dann haben wir da noch Mandy, die hier gerade im Pool ihre Runden schwimmt. Ja, auch sie kann sich nicht so ganz entscheiden. Mein persönliches Highlight war, dass sie mit Zoe getechtet und mächtelt hat, obwohl die beiden sich eigentlich hassen. Weiß nicht genau, was da los war. Auf jeden Fall ist ihre Beziehung nämlich heiß und kalt. Sie sind zusammen oder nicht. Keiner weiß es so genau. Weil sie sich eigentlich hassen, aber eine romantische Leiste haben. Also wie gesagt, es ist sehr komplex zwischen den beiden. Und dann seit zwei Wochen neu dabei ist unsere Clara. Laura, die hat jetzt ehrlich gesagt noch keinen so wirklich kennengelernt, weil sie auch nicht so die Chance dazu hatte. Mandy ist ein bisschen näher gekommen. Das war es dann aber auch schon. Und drei haben wir nun dabei, die wirklich nagelneu dabei sind. Erstens unsere Mia und dann natürlich noch unsere Elle. Die beiden haben nämlich letzte Woche die anderen Challenges gewonnen. Und aus diesem Grund sind sie jetzt hier dabei. Und seit heute neu dabei ist unsere Lou Hanson. Das heißt, wir haben jetzt tatsächlich nur noch zwei Männer in der Villa. Finde ich sehr spannend, wie sich das entwickelt hat. Und ich hätte gesagt... Macht, was ihr machen wollt. Wieso tut niemand was? Ihr seid doch eh selbstständig. Normalerweise machen die so viel Blödsinn und jetzt wollen sie nichts machen. Ah, perfekt. Das Rad wurde eingelöst. Toni, Techtel, Mechtel. Ja, perfekt. Perfekt. Das machen wir doch gleich. Mit wem wird unser Toni, Techtel, Mechtel? Mit Mia. Mia ist eine ganz neue. Also Mia ist ganz neu dabei. Wer ist Mia? Mia, hier. Mia, die steht sogar noch draußen. Dann kann sie ja mal reingehen. Geh mal hier rein. Und Toni wird dich gleich mal in Empfang nehmen. Ihr kennt euch zwar noch nicht, aber ist ja egal. Toni wird jetzt einfach gleich mal hingehen zu ihr. Oh, die kennen sich noch gar nicht. Prokett vorstellen. Seltsam normal kennen die sich doch ein bisschen. Wieso mag er denn Elle schon mal nicht? Oh mein Gott, sie steht schon voll auf ihn, oder? Habe ich das gerade richtig gesehen? Mia steht auf Toni. Es fühlt sich an wie Liebe auf den ersten Blick. Klug? Vielleicht? Vielleicht auch nicht. Unwiderstehlich? Besonders gern. Okay. Tolle Übersetzung. Finde ich großartig. Könnt ihr jetzt gleich Techtel... Wieso könnt ihr nicht Techtel mechteln? Ach, wieso könnt ihr nicht Techtel mechteln? Ja gut, dann müssen die sich halt so lange kennenlernen, bis sie miteinander Techtel mechteln wollen. Das finde ich halt ein bisschen blöd. Gut, also das erste Techtel mechtel ist jetzt leider fehlgeschlagen, weil sie wollen einfach nicht. Vielleicht hat sich Toni jetzt auch dazu entschieden, dass er monogam leben möchte? Ich weiß es nicht. Oh, wow. Olivia wurde von jemandem betrogen, den sie wirklich gerne hatte. Und sie schäumt vor Eifersucht. Wie soll sie je wieder vertrauen? Veränderung annehmen. Olivia möchte jetzt eifersüchtig sein. Da sage ich natürlich ja. Und um ganz ehrlich zu sein, ich glaube, sie hat gerade Toni dabei beobachtet. Kann das sein? Oder hat wer anders geflirtet? Ne, wer hat denn dich betrogen? Was, Mandy? Sonst hast du doch mit keinem eine Liebesleiste. Ich weiß nicht. Irgendwer hat anscheinend Olivia betrogen. Ich weiß nicht genau, was passiert. Heute wollen sie irgendwie nur andere Sachen machen. Aber ist auch in Ordnung. Dann auf jeden Fall ist Mia schon mal kokett. Aber sie wollte trotzdem nicht mit Toni Techtel mechteln. Beziehungsweise er hat sie nicht mal gefragt. Könnt ihr euch das vorstellen? Er hat sie nicht gefragt. Das Rad werden wir jetzt nochmal drehen. Und zwar Mia und Zoe. Die beiden werden jetzt Kompliment über Aussehen machen. Das geht ziemlich einfach. Da dauert es nicht lange. Hier haben wir Mia. Und wo haben wir Zoe? Zoe, komm mal hier. Was machst du denn eigentlich? Ach, die isst hier gerade ein Grillkiesesandwich. Hier ist vor zwei Parts übrigens fast alles abgefackelt. Und was haben wir denn, Butler, wenn hier vier verdorbene Truthähne stehen? Weiß auch niemand so genau. Zoe, du gehst jetzt zu unserer Mia und wirst ihr ein Kompliment über ihr Aussehen machen. Oh, warum hassen die sich denn so? Ich weiß auch nicht, warum die sich beieinander vorstellen müssen. Aber ich werde es mal machen. Das heißt, wir werden jetzt gleich ihr ein Kompliment über ihr Aussehen machen. Und einfach mal schauen, ob sie es annimmt oder nicht. Weil irgendwie mögen die beiden einander nicht so gern. Aber sie ist kokett und deshalb findet sie das natürlich in Ordnung. Mia ist auf jeden Fall hier und surft im Internet. Und dann möchte sie sich ihre Hände waschen. Elle wäscht sich gerade ihre Hände. Hygiene ist wichtig, Kinder. Und sie ist traurig. Es ist kein schönes Gefühl, glückliche Paare zu sehen, wenn man selbst alleine ist. Ist das großartig. Es passt einfach perfekt zu dieser Challenge. Wieso geht sie so komisch? Okay, jetzt geht sie wieder normal. Also, dann haben wir Zoe, die jetzt gerade auf die Toilette geht. Alle sind natürlich immer in Badekleidung. Unser Tony, der räumt gerade ein bisschen auf, wie es ein Tony eben so macht. Olivia, die tanzt hier. Dann haben wir Rex, der trinkt an der Bar. Ich habe schon wieder vergessen, dass das eine Bar ist. Die ist so cool. Die hätte ich gerne in Real Life. Auf jeden Fall ist Rex angespannt wegen Feuer. Brand heiße Erinnerungen. Wegen Erinnerungen an den ersten Brand. Ja klar, es war kürzlich ein Feuer. Aber es wird hier in nächster Zeit kein weiteres mehr geben. Auf keinen Fall. Das ist sicher. Zweifelsfrei. What? Hat krasse Liebesbekundungen miterlebt? Wo? Techtelmechtelt jemand? Okay, ich habe keine Ahnung. Gut, schauen wir mal weiter. Dann haben wir noch Mandy. Die geht jetzt gerade auf die Toilette. Dann haben wir noch Clara, die gerade duscht. Und dann haben wir noch Lou, die hier im Pool steckt. Gut. Mit wem wird Zoe Techtelmechteln oder was auch immer? Mit Toni. Okay, das ist was Neues, glaube ich. Oder auch nicht. Bin mir nicht sicher. Zoe wird jetzt mal hingehen und wird zuerst mal einen Witz über Aliens erzählen. Und dann werden wir romantisch werden. Zoe hat einen Witz über Aliens erzählt. Und dann wird sie langsam... Ja, es geht leider nur langsam. Ach, küssen können sie sich. Dann kannst du ja mal küssen. Ich bin schon gespannt, was passiert, wenn das Olivia sieht. Weil die ist ja sehr eifersüchtig und hat eigentlich eine romantische Beziehung mit Toni. Aber wir werden sehen. Oh. Da ist Olivia. Sie ist einfach durch die beiden durchgegangen. Hat versucht, nicht auffällig reinzuschauen. Aber ich glaube, ihren Blick haben wir alle gesehen. Aber irgendwie ist sie trotzdem nicht wütend auf ihn. Ähm, aber sie ist wütend auf Mandy? Äh, ich verstehe nicht ganz, was da passiert. Die sind jetzt wütend aufeinander geworden. Warum, weiß keiner so genau. Aber könnt ihr jetzt bitte, Techtelmechtel? Schauen wir mal zum Busch. Er denkt auch schon an Techtelmechtel. Sollte doch gehen. Ist das nicht der falsche, Toni? Zoe, du flirtest gerade mit dem anderen Toni. Wieso möchtest du da mit Rex Techtelmechtel? Nein, das versteht auch niemand, oder? Im Schrank rumschmusen. Ja gut, dann geht halt in den Schrank. Da waren wir noch nie. Das ist ganz ein neuer Spot. Da haben bis jetzt, glaube ich, nur Leute geweint, oder? Das ist so traurig. Bisschen traurig ist die Challenge schon, muss ich sagen. Dann können die beiden in den Schrank gehen. Ich wünsche euch viel Spaß. Und direkt danach möchte sie Tischtennis spielen. Schön. Und er möchte nichts tun. Ja gut. Und er fühlt sich kokett, weil es sauber ist. Ordentliche Sims sind beim Putzen am glücklichsten. Und Olivia geht einfach schon wieder zufällig vorbei. Sie ist so eifersüchtig. Sie ist so eifersüchtig. Desinteressierter Seelenverwandter. Du und dein Seelenverwandter seid dazu bestimmt, für immer zusammen zu bleiben. Aber warum flirtet dieser Sim dann mit jemand anderem? L ist momentan zimperlich und hat nicht die Nerven für eklige Dinge oder gruseliges Getier. Veränderung annehmen? Ja gut, L. Dann bist du eben zimperlich. Was machst du denn gerade? Ach, das Klo ist sehr garstig. Ja gut. Könntest du dem Butler sagen, dass er es putzen soll? Aber irgendwie hat, glaube ich, noch nie jemand mit dem Butler gesprochen. Mit wem wird Mandy eine Schlägerei haben? Mit Mia. Mia ist tatsächlich eine neue. Und Mandy ist mal wieder Mandy und ihr gefällt einfach nicht, wie Mia aussieht. Deshalb geht sie jetzt hin und wird sie einmal beleidigen und sagen, du siehst kacke aus. Das macht man so, glaube ich. Keine Ahnung. Dann wird sie sie anbrüllen. Danach wird sie sie anstacheln und einfach alles sagen, um sie zu provozieren. Nur damit sie einander hassen. Sie wird sie einmal abblitzen lassen und sagen, für dich würde ich mich niemals interessieren, wie du aussiehst. Dann wird sie einmal andeuten, dass ihre Mutter ein Lama ist. Oh, und die haben jetzt schon so eine Hassstimmung. Also Mia hat jetzt gegenüber von Mandy schon einen schwelenden Groll. Die arme Mia kommt dazu und gleich ist wer fies. Ja, niemand hat gesagt, dass es in dieser Villa einfach ist. Dann wird sie einmal sagen, was hast du eigentlich für ein Outfit an? Sieht echt kacke aus. Dann wird sie ihr einmal verbotene Wörter um die Ohren brüllen. Und dann wird sie sie fragen, was hast du eigentlich für ein Problem? Ich beleidige dich zwar seit Stunden, aber was ist dein Problem? Dann werden sie über Musik streiten. Warum fragst du so blöd? Es ist doch wohl kaum zu übersehen, dass ich ein bisschen sauer bin. Oh oh. Wann können die beiden endlich kämpfen? Wir werden sie noch einmal anstacheln. Dann können wir sie schon schubsen. Lou ist momentan zimperlich. Ja gut, dann bist du halt auch zimperlich. Ich weiß auch nicht, was da gerade passiert in diesem Haus. Anscheinend ist alles eklig. Und deswegen sind alle zimperlich. Toni, was machst du da? Er möchte ein Getränk trinken. Ach, Toni, geh weg da. Die streiten gerade. Die wollen kämpfen. Kämpfen! Perfekt. Jetzt kämpfen Mandy und Mia. Der Kampf startet gleich. Toni will Mia helfen. Ja, ich weiß nicht, auf welcher Seite Toni ist. Auf jeden Fall schaut er mal zu da hinten, wie man sieht. Er sieht sich das Ganze genau an. Ich glaube, der will keinem helfen. Der freut sich. Und der Butler auch. Der Butler, der war auch ein cooles Outfit an, oder? Und Mandy hat auch noch gewonnen. Wow. Mia und Mandy verabscheuen sich jetzt. Ja. Wundert mich total. Verstehe ich gar nicht, warum die beiden sich jetzt verabscheuen. Mia ist jetzt auch unfassbar wütend. Leider verloren. Oh nein. Warum ist denn das so schwer zu verstehen? Der Gegner ist weder durch Logik noch durch Leidenschaft zu überzeugen. Ja. Und sie wurde vermöbelt. Kann man nichts machen. So ist das jetzt. Gut. Und dann haben wir noch Olivia küssen. Wen wird Olivia küssen? Das sehen wir jetzt gleich. Olivia küsst Elle. Das finde ich auch sehr cool, weil da sind jetzt auch mal neue Leute dabei. Und Olivia, die macht hier erstmal einen Nap. Verstehe ich. Hier in der Villa ist es ganz schön anstrengend. Wo haben wir denn unsere Elle? Elle, komm mal hier. Ich weiß gar nicht, wo du bist. Ja, dann trefft euch doch einfach da. Ich finde, das ist ein guter Treffpunkt. Olivia und Elle. Ich finde, eure Sims sind alle so cool gestaltet. Die haben so coole Sachen an. Klassischer Rex. Er trainiert schon wieder. Er hasst trainieren. Und hat eine miese Zeit, weil er trainiert. Und gleich, wisst ihr, was er gleich macht? Jetzt steht er auf und dann steckt er da im Eck, oder? Nein. Du bist so ein Idiot. Tut mir leid, aber er ist wirklich ein Idiot. Aber gut, dann kann Olivia gleich mal hingehen und Elle anflirten. Ich weiß nicht, ob es sich zulässt. Die kennen sich ja noch nicht wirklich so gut, aber vielleicht. Hände küssen ist zu wenig küssen. Sie müssen sich richtig küssen. Oh. Wir können leider nicht mit ihr auf den Flohmarkt. Könnt ihr euch schon küssen? Küssen, küssen, küssen. Ersten Kuss erleben. Sehr schön. Elle und Olivia bekommen ihren allerersten Kuss. Zumindest miteinander. Ich finde, das steht auch immer so blöd da. Aber okay. Sehr süß. Und Mandy und Zoe haben Tischtennis gespielt. Das haben wir anscheinend auch verpasst. Die beiden sind doch Erzfeinde. Ach ja, sie streiten auch schon wieder. Warum habt ihr auch zusammen Tischtennis gespielt? Was ist mit euch? Ihr mögt euch doch nicht. Das ist ein Bild für Götter. Olivia und Rex schlafen hier beide in der stinkenden, unheimlich stinkenden, ekligen Quelle. Toll. Gut, was machen die anderen? Mia ist noch immer ein bisschen traurig, weil sie vermöbelt wurde. Ein ordentlicher Reinfall kann einen Sim ein wenig benommen machen. Ja, das verstehe ich. Dann haben wir unsere Elle. Die fühlt sich kokett. Dann haben wir Zoe, die möchte tanzen gehen. Tony möchte ein Nickerchen im Busch machen. Olivia neppt noch immer hier, gleich wie Rex. Rex, nein, der ist aufgewacht. Und dann geht es schlecht, weil er hasst Sport. Wow. Mandy möchte auch ein Nickerchen im Busch machen. Also die werden sich jetzt darum prügeln. Aber Mandy kann das ja gut. Die ist ja prügeln schon gewohnt. Clara, stimmt, die gibt es auch noch. Die habe ich schon ganz vergessen. Zoe Techtelmechtel mit Elle. Gut, dann werden die beiden einander jetzt ein bisschen besser kennenlernen. Wir sagen mal zumindest, sie müssen sich küssen. Die kennen sich noch nicht mal. Ja gut, dann stellt euch einmal beieinander vor. Also seht ihr, irgendwo gibt es da einen Bug. Weil das kann nicht sein, dass sie einander nicht kennen. Weil irgendwie wohnen die doch zusammen. Ach, die mögen sich gar nicht. Ich weiß nicht, ob das was wird. Wir probieren mal, sie anzuflirten. Rex ist eifersüchtig. Ja gut, Rex. Dann bist du jetzt eifersüchtig. Ersten Kuss erleben. Ja, sehr gut. Geküsst haben sie sich zumindest schon mal. Alles andere dauert, glaube ich, doch zu lang. Der Kuss muss reichen. Ich hoffe, es war ein schöner Kuss. Und jetzt möchte Zoe auch nicht mehr mit ihr sprechen. Und sie möchte einfach nur auf dem Rücken treiben. Clara und Lou werden sich kennenlernen. Ach, das ist eindeutig das Langweiligste, was ich da drin habe. Aber ist halt so. Gut, die beiden lernen sich jetzt kennen. Scheinen sich auch ganz gut zu verstehen. Finde ich toll. Und dann wird Tony jetzt nochmal mit jemandem flirten. Mit wem wird Tony flirten? Das werden wir gleich herausfinden. Er flirtet mit Elle. Sehr gut. Das lässt sich natürlich einrichten. Gut, dann musst du dich erstmal bei ihr vorstellen. Rex, warum stinkst du so? Was ist mit diesem Mann eigentlich? Und jetzt geht er in die stinkende Quelle. Mache ich erstmal ein Kompliment über Aussehen und dann können wir gleich miteinander flirten. Sollte funktionieren, sollte kein Problem sein. Finde ich toll. Also zumindest das Flirten nehmen immer alle an. Aber Techtelmächteln wollen sie heute irgendwie nicht. Heute waren alle Techtelmächtel faul, muss man sagen. Wir sind jetzt bei der nächsten Matching-Zeremonie angelangt. Tony, Rex und Elle. Das sind unsere neuen Kandidaten und Kandidatinnen. Und nein, lauf nicht weg! Zoe, was ist mit dir? Zoe, mach gern Probleme. Ja, ja, ist uns heute schon aufgefallen. Gut, dreh dich gerade. Oder zumindest steht sie wieder brav in der Reihe. Wer darf als erstes seinen Partner bzw. seine Partnerin für die nächste Runde wählen? Mandy. Für wen wird unsere Mandy sich entscheiden? Wie sehen denn deine Beziehungen aus, Mandy? Na ja, ist alles jetzt nicht so spannend. Also, von denen, die noch im Haus sind. Na ja, Lou kennt sie nicht wirklich. Tony kennt sie eigentlich ziemlich gut. Da hat sie 39 Freundschaft. Mia hasst sie mal ziemlich hart. Clara ist in Ordnung, aber nicht so viel wie Tony. Olivia ist eigentlich eindeutig am meisten. Ja. Ich schätze, sie geht mit Olivia. Deswegen wird Mandy jetzt zu unserer Olivia hingehen und wird ihr eine Rose anbieten. Und dann werden wir sehen, ob sie diese Rose annimmt. Mandy geht hin und bietet ihr eine Rose an. Und Tony ist eifersüchtig, weil er damit gar nicht klarkommt. Tony, du darfst aber nicht weglaufen. Tony, wir brauchen dich doch noch. Du bist noch keine Runde weiter. Es tut mir sehr leid, Tony. Du musst zurück auf deinen Platz. Ich weiß, es tut weh, wenn man in jemanden verliebt ist und dieser mit jemand anderem davon geht. Aber so ist das nun. Und Drex, du kannst dich auch mal wieder gerade hinstellen. Warum stehst du so seltsam? Gut. Tony weigert sich jetzt hinüber zu schauen. Er schaut nicht mehr zu Mandy und Olivia. Er möchte die beiden gar nicht mehr sehen. Olivia ist aber eine Runde weiter. Und Mandy nun auch. Die beiden gehen jetzt zusammen davon. Das heißt, folgende Kandidaten müssen noch zittern, ob sie in die nächste Runde kommen oder nicht. Zoe, Mia, Clara, Lou, Tony, Rex und Elle. Das heißt, wir werden jetzt gleich auswürfeln, wer als zweites seinen Partner beziehungsweise seine Partnerin wählen darf. Elle. Das ist gut für Elle, denn Elle ist ja einer unserer Neuzugänge. Das heißt, es könnte sein, dass sie gar noch nicht so viele Kontakte geknüpft hat. Ich weiß es jetzt gar nicht. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Also wir haben da Olivia, würde sie am besten kennen, aber Olivia ist schon weg. Bei Mandy haben wir 15 Freundschaft. Bei Zoe haben wir 24 Romantik. Lou haben wir 23 Freundschaft. Dann hätte ich sogar gesagt, es ist Zoe, weil mit ihr hat sie eben auch eine kleine romantische Leiste. Das heißt, unsere Elle wird jetzt Zoe eine Rose anbieten. Wir werden sehen, ob sie diese annimmt oder ob sie sie ablehnt. Und nimmt sie die Rose an. Und Tony dreht schon wieder durch. Naja, Tony hat aber einfach auch zu viele romantische Leisten, oder? Er hat Zoe gerade eine Ohrfeige gegeben. Habt ihr das gesehen? Tony, komm wieder her. Du bist keine Runde weiter. Eigentlich würde das normal zu sofortigem Ausschluss führen. Hast du das gehört, Tony? Zum Glück ist das nicht real life. Ja, das war nicht Tonys Woche. Eindeutig nicht. Gut. Zoe, du bist aber auf jeden Fall eine Runde weiter und Elle ist auch eine Runde weiter. So. Könnt ihr euch jetzt bitte wieder gerade hinstellen, was ist denn mit ihnen eigentlich? Nun haben wir uns alle wieder von einem kleinen Zwischenfall erholt. Denn Tony hat gerade wirklich Zoe geohrfeigt. Ein bisschen können wir natürlich verstehen, dass er sich gerade nicht ganz wohl fühlt. Immerhin sind nur mehr fünf Kandidaten beziehungsweise Kandidatinnen im Rennen, die noch einen Partner beziehungsweise eine Partnerin finden müssen. Natürlich ist das keine Entschuldigung dafür, dass man jemandem ein Ohr feigt. Tony, das war absolut nicht okay. Wenn das real life wäre, wärst du jetzt weg. Aber zu deinem Glück ist es nicht real life, deswegen darfst du dabei bleiben, denn es ist Sims und hier lieben wir das Drama. Und nun werden wir auslosen, wer als nächstes seinen Partner wählen darf. Als nächstes seinen Partner wählen darf. Lou. Das ist auch tatsächlich jemand Neues. Das heißt, ich bin schon sehr gespannt, weil könnte wirklich sein, dass einer unserer Ältesten, also Rex oder Tony, heute gehen müssen. Denn jetzt ist Lou an der Reihe. Die Freundschaft zwischen ihr und Clara ist 23. Zwischen ihr und Tony ist 4. Der wird es schon mal nicht. Mia und ihr ist 19 und Tony und ihr ist 15. Ja, das heißt, sie geht mit Clara. Eindeutig. Sie wird jetzt zu Clara hingehen und wird ihr eine Rose anbieten. Und nimmt sie die Rose an? Das heißt, Clara und Lou sind jetzt gemeinsam eine Runde weiter. Auch die beiden können natürlich in die Villa gehen. Dann haben wir tatsächlich nur mal drei Kandidaten übrig. Clara und Lou gehen jetzt gemeinsam in die Villa und wir haben hier nur noch drei Kandidaten stehen. Rex, geh mal ein bisschen näher zu deinen MitstreiterInnen und dreh dich nach vorn. Langsam wird es schon dunkel in Delsol Valley. Die Entscheidungsnacht ist schon beinahe vorbei. Es stehen nur mehr... Ach, ich vergesse ihren Namen immer. Wie heizt die Blonde schnell? Um die nächste Runde müssen nur noch Mia, Tony und Rex kämpfen. Das heißt, einmal wird das Rad noch gedreht und je nachdem, für welche Person sich dann entscheidet, muss einer oder einer der drei gehen. Wir drehen jetzt gleich nochmal am Rad. Mia. Das heißt, Mia darf jetzt entscheiden, ob Tony oder Rex in die nächste Runde kommen. Oh mein Gott, das ist voll schlimm. Tony und Rex sind schon so lange dabei. Das ist nicht cool. Sieht aus, als hätte Tony nochmal Glück gehabt. Sie versteht sich mit Tony besser als mit Rex. Das heißt, sie wird jetzt hingehen und Tony eine Rose anbieten. Nimmt er diese an? Ja, er nimmt sie an. Das heißt, Tony hat nochmal Glück gehabt und Rex merkt schon, er hat heute kein Glück. Das bedeutet, Rex ist jetzt leider ausgeschieden. Wir werden ihn gleich mal aus der Familie entfernen. Er ist jetzt leider nicht mehr Teil der Love Island Familie. Ich hoffe sehr, dass euch dieses Video gefallen hat und an dieser Stelle freue ich mich wie immer über jedes Like, jedes Abo und jeden Kommentar und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!